Name läuft und äh... Jetzt quatschen alle und ich hab vorhin grad ein Getränk getrunken, weil ich Junkie bin. Deswegen hat man mich nicht gehört. So, herzlich willkommen zu einer Wartezeit von Teddy. Mit den selben Leuten wie eben. Weg, weg, weg. Ich bin hier im Solange. Da hat jemand böse geschrien. Ich glaub, jemand ist abgestürzt. Das kann sein. Ich bin hier um zu lenken, nicht um zu denken. Ach so, cool. Aber ich bin Stuntman. Ich darf nicht. Oh, 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 oh. Es kann ja sein, dass der Freerunner gerade... Oh nein, er hat gerade geschrien ganz laut. Ja, das stimmt. Ich glaub, Gary war das... Aber nein, ich bin nur gefallen. Oh, Mono, Mono hat geschossen. Oh, ich bin laggy, ne? Mono hat geschossen. Ich hab einmal... Oh nein, warum schießt du? Mono hat geschossen. Ja, das kann sein. Okay, Mono ist definitiv tot. Hallo, Grabby. Okay. Okay, die Kampfkartoffel. Ja, ich hab... Tobi hat... Hast du gerade auf mich geschossen, Junge? Nein, hab ich nicht. Hallo, Kartoffel? Ja, Tobi ist es. Hallo, Gary. Tobi ist es. Ich bin's gar nicht. Ich bin's nicht. Wer ist es? Ich bin es nicht, Mann. Zub ist es. Zub ist es. Ich steh hier oben. Du hast auf mich geschossen. Ich steh hier oben. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich schwöre dir, ich weiß nicht, wo du bist. Natürlich. Tobi ist wunderbar. Warum? Weil ich hier gerade runtergeflogen bin vom Regal. Oh, Thomas! Thomas ist von... Ja, wo? Okay. Man hört's nur pfeifen. Ich hab ihn... Äh, noch einen Druck. Tobi! Siehste? Ich war's nicht. Ja. Jetzt hab ich aber ein Problem hier. Hm. Ich bin so gut wie erledigt. Ich hab keine Leben mehr. Das hab's doch nicht. Du schweig! Zub wird gleich ein Random Kill zugesetzt, Alter. Was? Ach, du hast mich zum Sidekick gemacht? Gary! Nicht dich! Wie? Ich spring drunter. Ich hab mich nicht gesehen und auch nicht hab dich geschossen. Ich hab wirklich nichts gemacht, ey. Nee, ich... Ich musste die Situation einfach ausnutzen. Wo der... Wo der Gary dann da stand. Komm, jetzt tust du Thomas reinhauen hier. Ja, ich hab ja auch schön auf Krampfkartoffel in die Thomas geknallt. Guck da eben den Pfarrstuhl... Äh, die Lifter hoch und dann kriegt er den Zug in die Fresse. Ich dachte mir schon so, gleich kommt irgendeine Scheiße von dir, wenn ich da wieder hoch bin. So, und jetzt... Jetzt hab ich auch grad auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Das ist ganz hervorragend. Also, für meine Zuschauer... Für meine Zuschauer nochmal herzlich willkommen. Ich hab eben die erste Runde gewonnen. Und ihr habt alles davon verpasst. Und es war eine sehr schöne Runde. Mist. Zusammen mit... Zusammen mit mir. Also, wenn ihr das sehen wollt, was in der ersten Runde passiert ist... Komm ich hier runter. Ich kann auf jeden Fall... Schaut auf jeden Fall die Folgen von Kampfkartoffeln an, wie der gerade in den Zug von mir ins Gesicht kriegt. Kampfkartoffeln? Oh ja! Ich hau dich gleich, ne? Ich hab mich bein auf jeden Fall die Zuge in die Fresse. Oh, da ist Kampfkartoffeln. Ich bin... Was? Ich bin übrigens wounded, weil ich grad durch die Mausefalle gelaufen bin. Jemand ist grad hier runtergesprungen. Irgendjemand ist gerade hier runtergesprungen. Also, Grabi und Kampfkartoffeln sind hier nebeneinander am schön rumlaufen. Ich weiß nicht, was die hier von der Nummer abziehen. Oh ja! Du hast dann wieder gesprungen! Ich bin... Ich bin Athlet. Aber wenn du mit dem Teil auf mich zukommst, dann schieße ich auf dich. Was ist so... Warum soll ich das denn machen, Alter? Ich... Nur damit du's weißt, ne? Ich... Ich bin innocent, nur damit du's weißt. Ja, ja. Kommt man hier runter? Wenn ich kein Innocent wäre, dann hätte ich schon längst einen Thomas auf dich gefeuert. Also, Freeruner ist auf der Map ja wirklich... Ja, der schon längst gemacht. Ja, Freeruner und Stuntman. Oh! Auf dieser Map ein Freeruner ist voll hart. Achso, hab ich gerade gesagt. Gary, was machst du denn da? Ihhh, geh weg! Hier, kann man den nicht anmachen, diesen Ventilator? Guck mal eben. Latsch. Der Traitor, der Traitor kann den Ventilator machen, ne? Was für ein Ventilator? Stirb! Stirb, Rudolf! Stirb, Rudolf! Hier bei mir, hier bei mir so. Okay, da ist wirklich wer gestorben. Gary, was? Was? Ich? Nein, gar nicht wahr. Aaaaaaah! Schuss! Aaaaaaah! Nein, 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 schuss! Aaaaaaah! Tschüss! Hab ich dich noch gesehen, du? Am Mono ist Dieter. Aaaaaah! Entschuldigung! Entschuldigung! Kampfi, Kampfi, Kampfi und Gary! Was? Gar nicht wahr. Ist doch voll gelogen. Er hat eigentlich gehofft, Zug mit der Lok zu erwischen, ne? Ja, ich war weit weg. Warum gibt's hier eigentlich keine, keine Trotterfallen mehr? Hä? Oh Gott. Äh, gibt's hier noch Medikits? Äh, Gabi, wo bist du? Kannst du mir helfen? Ne, ich, leider nicht, Lukas. Juggerknock? War ein bisschen schwer hier. Speedcaller? Ähm. Fuck. G-Hard Bombe? Ja, genau. Die G-Hard Bombe. Kann ich nicht gebrauchen? Ach, doch. Mach die G-Hard Bombe. Die ist super. Ja. Hier. Es lohnt sich aber nur... Nein, der steht da nicht mehr. Das ist okay. Was? Nein, verdammt! Nein, 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 nein! Fuck! Jawoll! Jawoll! Da hat das Köpfchen rausgeguckt! Wuh! Fuck you! Boah! Ich wollte Kampfi eigentlich von hinten erschießen, aber... Ich hatte doch auch nicht mit Thomas Zervischen Zug, ne? Da kriegst du für dich gekauft. Ich hab ja gesagt, das lohnt sich nur, G-Hard Bombe, wenn alle in der Nähe stehen. Was war das denn, ne? Also, wie es da geht, wenn es total groß ist. Ja. Stimmt, das hätte ich eigentlich machen können. Wie ihr beide da steht da drinnen, und der eine schießt die ganze Zeit raus, der andere guckt nur zu, dann hilft das doch noch. Äh, das war echt. Tragedy. Ja. Ja. Tragedy. Dann guckt er da auch noch sein... Ich hab nur deine Waffe gesehen, als du versucht das nicht zu heilen. Aber ich hab dich nicht getroffen. Schade. Ja. das doch nicht zu schießen nein er plant nicht sein über das wenn er was planen würde ich glaube ich habe ist tot oder keine ahnung wenn dafür gefallen ist glaube ich runtergefallen ich bin ja das ist kampfkartoffeln nein bist du sicher dass es irgendwelche beweise hat die waffe gehabt ich weiß nicht wovon du redest komm her ach gut dass ich medikit habe ich kann auch gebrauchen kann ich nicht mal gesehen den kann auf mich zu schießen na na doch klar richtig ich habe dich nicht gesehen ach so ich nicht gesehen hätte hättest du wohl nicht auf mich geschossen aber ich weiß ja das ist schade ich habe nicht so viel live können wir irgendwie friedlich einigen was meinst du mit friedlich einigen ja zum beispiel du bringst ich ja das ist jetzt echt gestorben jetzt muss ich jetzt machen wenn ich nie munich habe ich kann mich nachladen habe ich hier habe die hat auch nur so eine gümmelwaffe gehabt irgendwie es gibt wenn hier mal eine andere waffe hoppla hier kannte man gar nicht mehr runter das ist doch alles doof hier jetzt war die medikamente vergessen ja die peinlichkeiten ist weil es mal weg kommt ich kenne das Gefühl jetzt kotzt der nächste da ist aber eine neue Lunge fällig glaube ich demnächst boah boah alter da ist wirklich eine neue Lunge fällig oh oh scheiße jawohl nein alter sind tot einer reicht Mono du Idiot ja was soll ich denn machen wir haben jetzt den Traitor gewonnen der Mono war near death als ich den als ich dann einfach verreckt bin ich konnte ich wollte gerade schießen in dem moment stand er irgendwie hinter mir mit der crowbar ich hatte halt schon mit dem Klatsch live als wir uns getroffen haben das war aber okay ich meine der letzte Traitor war ich und der ist gestorben ich bin vorher draufgegangen dankeschön ich bin vorher draufgegangen sowieso aber Mono ist vor ihm auch gestorben ja Mono ist vor ihm gestorben ach so das ist ja saubitter ja oh dafür würde ich mich jetzt echt in den Arsch beißen ne aber es war irgendwie echt total lustig ne weil ich dachte komm ja du kriegst Mono und dann auf einmal bumm ich bin übrigens nicht gestorben von deinem Amaterrasso ja das ist super das weiß ich nein ich hatte noch 12 Leben und wollte dich eigentlich erschießen aber du hast mir nur den Todesstoß gegeben nein 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 was den Todesstoß meinst du wohl ja ja mal gesagt sorry ouch das ist eine gute Frage Krabi ja ja du bist es auch aber ich lass dich mal im Leben aber wäre nett wenn du mich erstmal noch nicht erschießt ja natürlich weil ich so Zug Tavi 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 wie kann er schon wieder sein? Boah ich bin wirklich eine Dodge Legende vom Herrn aber er hat relativ wenig Leben das gibt's doch nicht wie können wir schon wieder sein er dachte ich auch bei dir ich wollte hier gerade eigentlich ins Gesicht schießen ok der schießt da kann mir einer helfen wenn du sagst wo du bist oder wo Tavi ist wo du bist eigentlich ja er hat Amaterrasso von mir abgekriegt ich müsste jetzt auch versterben gleich versterben uuhh ja jetzt ist er endlich ah Jackalpriester hier Schweinepriester Jackalpriester ich höre eine Shotgun boah das ist mir unsympathisch wieso kriege ich Schaden Krabi? Boah Krabi du bist es ne? oh man ich muss nicht weiter weglaufen wieso bin ichs? ja ja ich bin hinter dich ich hab sowieso Schaden ist ja nicht so dass noch andere leben aber gut Virono ist da oben ja ich bin schon die ganze Zeit hier ja ich hab ein Achievement Krabi was wie ist es? wie ist es? wie ist es? wie ist es? gravi doch gravi doch ist die Mausefall ein Traitor-Item? wieder ein Zug zog schon wieder warum wer für denn hier alle Züge? ja ich weiß es nicht ja glaube ich ist es ich hacke es doch noch nicht der Käse MAAAIN das lustigste war ich hab gedacht du bist gerade in dem Moment in diesem Schein da kannst du nicht ausweichen hab ich gedacht ich so komm jetzt ballert einfach Thomas rein super runde super runde Gravi du hast glaube ich alle gemacht ich hab niemanden gekillt vor ich hab ihn vor allem am Anfang der Runde getrault weil er so komisch geredet hat wer Gravi hat so komisch geredet und ich hab ihm auch gesagt ja Gravi du bist es aber ich geh mal weg aber ich hab dir gesagt du sollst mir das Ende erschießen das war sehr nett von dir ja ich weiß das ist echt bitter gewesen hier wirklich aber du hast relativ lange gebraucht bis du verbrennst ja ich hab gedacht komm ich hab nix mehr gesehen ich wollte eigentlich diese Jared werfen was auch immer das ist ja das ist Pipi einfach nur ah hier so ein ja 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 man ja 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 das war eine Flashbang ja das war eine Flashbang ja das war eine Flashbang das war eine Flashbang ja ja das war eine Flashbang der Stub ist tot oh Gott was Moment warum redest du dann ja weil ich die Leiche selber gelegt habe ja Das ist so. Aber wenn's zu tot ist, wer bist dann du? Kampfkartoffel ist ganz oben auf diesem pinken Rand. Ja, Kampfkartoffel ist Scientist. Da bin ich jeden Tag. Da runtergeschubst. Hier rand, okay. Hier komm ich hin. Ich bin ein Detektiv. Ich bin ein Detektiv. Ich muss halt echt hart aufpassen, dass ich hier nicht abkratze. Irgendwie ja. Hier liegt's, oder? Das ist so. Und blitzcht irgendwie. Jetzt seid ihr schon mit zwei Mann da oben. Oh, da ist jetzt wirklich ein Mann da oben. Tavi ist grad gesprungen. Tavi liegt ganz unten zwischen den... Hallo Mono! Hallo Mono! Ah! Grabi! Grabi ist es. Grabi ist es also, okay. Grabi ist es also, okay. Oh, schön. Von oben. Ich wollte... Ich wusste nicht, wie ich rüberkomme. Ich wollte eigentlich in die Masse laufen mit einer Jihadbombe und drei, vier Leute wegsprengen. In die Masse laufen. Ja! Grabi! Grabi, was soll das denn? Ich hab mich komplett verjagt, ey. Ja, war gut, ne? Ich bin halt damit 3000 von hinten mehr aber weg, ey. 150 hab ich gemacht. Ey, ich habe euch nicht... Ich wusste nicht, wie ich da runterkomme, wo ich war. Ich so, scheiße, wie kommst du jetzt runter? Hast du ein Freitod gewählt? Mach mal manchmal. Mach mal manchmal. Es geht halt schneller dann. Ja. Da hab ich... Da wollte ich eigentlich aufs Bett springen und da ging gar nicht. Einfach mal. Ach, die Runde kann ich eh nicht gewinnen. Springste einfach. Eine Runde noch. Eine Runde noch. Eine Runde noch. Schotty ist hier gar nicht so gut, ne? Es geht nicht. Es geht, graviert. Ich kann mir da weggeknallen. Ja. Visionary, was macht der Runde? Ach so, du hast ne Shot hier. Ja, gut, okay. Ist voll gut, ja. Geronimo. Der hat mich auch mal drücken reingedrückt. Oh shit. Da hab ich schon jemanden umgedrückt. Ich ne. Oh, da ist schon ein Toter? Hast du hier mal draufgegangen? Toter? Äh, der Tabi, der ist tot. Ich würd ihn gerne essen. Ich würd ihn gerne verfallen. Ich würd ihn gerne verfallen. Tabi, der ist tot. Tabi, der ist tot. Tabi, der steht hier hinter dir. Tabi, der ist tot. Ich hätte den, ich hätte gerade wegknallen können, das weißt du, ne? Ja, ich weiß. Schief gefallen. Also, mir kann man schon vertrauen. Hallo, hallo. Hab ich schon einen Verdacht? Naja, naja. Okay, Kampi ist es? Das würde ich an der Stelle jetzt noch nicht unterschreiben. Gabi, oh, Gabi ist, äh, kann mich nicht einfach wegknallen. Das ist sehr angenehm. Oh, das... Ich setze 60% auf Mono. Boah, alter. Da ist noch einer gestorben. Kampi ist es? Kampi. Okay, Mono? Wo denn? Hallo Mono? Wo ist der denn? Also, wenn dann hätte er schon längst Chance gehabt, mich zu erschießen? Der Mono? Okay, also, das war jetzt Kampfkartoffel oder Gravi oder was? Wenn man einen von den beiden sieht, dann ist das so gewesen. Zug! Ah, ich sehe den Zug! Ich habe Schadenladen gekriegt. Hilfe! Hallo Mono! Hallo Mono! Hallo Mono! Hallo Mono! Yeah! Okay, äh, der Zug kam von da irgendwo oben. Da wo die Figürchen sind. Ich schätze mal. Nein! Von da hinten. Der ist da oben auf der Reling. Kannst du mich einfach sterben gehen? Kannst du mich einfach sterben gehen? Kannst du mich einfach sterben gehen? Herzlichen Glückwunsch! Echt? Krass! Loll! Das Problem war ich gerade aufgeregt. Ich habe Kampfkartoffel einfach nicht getroffen. Und... Kampfkartoffel hat mich aber auch nicht getroffen. Und dann kamst du. Äh, so, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!